Wunderbar. Also mir gefallen... Warum macht ihr mir das Leben so schwer? Also ich mag die anderen Level lieber, also im Wald bin ich nicht so gerne. So, diese Pilze. Doch, die müssen wir raufspringen und dann können wir hier eigentlich rauf, aber scheinbar wohl nicht. Okay, also nochmal. Ich höre schon wieder an Käfer. Ja, richtig so, richtig so, natürlich. Komm her. Du stirbst. Ach, ich frage mich, ob ich, wenn ich in... Oh, da war gar kein Käfer. Wenn ich in neue Gebiete komme, ob die dann automatisch getriggert werden, beziehungsweise wenn ich schon mal in einem bestimmten Gebiet war, dann, keine Ahnung, irgendeinen bestimmten Bereich wieder betrete, ob die dann halt eben vom Neuen kommen oder ob die dann, wenn ich sie halt getriggert... Oh, nein! Oh, verdammt! Ähm, hä, wo bin ich denn hier gelandet? Ich hätte gern... Oh, nein! Oh, ich bin so doof. Ähm, kann ich da so ranspringen? Ja. Ja, oder halt, wenn ich ein Gebiet nochmal betrete, obwohl ich schon mal dort war, ob die dann halt eben vom Neuen einfach getriggert werden. Das wäre ziemlich unfair, finde ich. So, darüber. Gut. So, und jetzt hoffe ich, dass wir auch wirklich auf dem Pilz landen werden, weil da müssen wir an die Liane springen. Oh, und dann kommt ja schon gleich der Part. Der war eigentlich ganz cool. Der war eigentlich ganz cool. Und jetzt halte ich doch da fest. Warum? Ihr habt es gesehen, da ist der Hase und wir müssen zum Hasen. Alice. Na, was war das denn? Ich hab nicht gesagt oder gesprungen. Ich hab nicht gesprungen. Ich hab nicht auf die Taste gedrückt, damit du... Nein! Verdammt! Nein, da muss ich nicht lang. Wo muss ich lang? So, einmal versuche ich es jetzt noch. Wenn es dann nicht geklappt hat, melde ich mich zurück, wenn ich oben bin. Oh, Gott. Ah. Und ich hab gedacht, ich sei nur bei Jump'n'Run-Spielen schlecht. Naja. Okay. Genau. Und jetzt bitte rüber. Ich möchte doch nur... Oh, ich glaub, es kommt sogar später nochmal ein Level. Nee, das erzähl ich euch noch nicht. Also, diejenigen, die das Spiel nicht kennen, denen möchte ich nicht spoilern. Das wär auch irgendwie ein bisschen gemein. So, und jetzt bitte... Ja, genau. Und jetzt... Warum? Was ist dein Problem, Alice? Sonst machst du es doch auch von dir aus. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Nein, nein, nein! Ich melde mich zurück, wenn ich oben bin. Okay. Nochmal. Halt dich fest. Ich höre schon wieder einen Käfer. Oh, das ist das... Nee, das ist das Wasser. Oh, Gott. Spring. Genau. Und jetzt spring an das... Oh, endlich. Gott sei Dank. Okay. Rüber. Immer das tiefe Augen haben, Alice. Wir haben es bald geschafft. Rüber, rüber, rüber. Oh, Gott sei Dank. Du hast dir aber Zeit gelassen. Wieso das denn? Du bist doch einfach weggelaufen. Ich hatte Grund. Rüble nicht über Gründe nach. Die Raupe wartet. Ich erinnere mich. Mimosenhaft, launisch, raucht zu viel. Riecht schlecht. Warum gerade die Raupe? Niemand im Wunderland ist weiser als sie. Nur sie weiß, wie du uns retten kannst. Bleib dicht hinter mir. Der Weg ist gefährlich. Und die Zeit ist knapp. So, wo... Oh, nein. Ich habe gedacht, es kommt was anderes. Erstmal speichern wir. Ich speichere hier. Save. Oh, meine Güte. So, Moment. Da müssten erstmal hier irgendwelche Käfer auftauchen. Okay, scheinbar nicht. Ich bin dann darüber. Käfer, wo seid ihr? Na gut, dann nicht. Ich beschwere mich nicht, wenn ihr nicht auftaucht. Ich freue mich. Ich freue mich sogar sehr. Okay, das anvisieren. Gut. Ich höre doch da was. Ich kriege voll die Hallos. Ich kriege voll die Hallos. Ich höre schon Dinge, die gar nicht da sind. Ich werde bestimmt heute Nacht ganz schlecht... Boah. Erschreck mich nicht so, du böse... Oh Gott, da ist tatsächlich ein Käfer. Da sind sogar zwei Käfer. Okay, 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 okay. Messer her, Messer. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, Alice. Sehr gut, sehr gut. Was wollen eigentlich diese Käfer hier? Okay, 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 okay. Und dich töten wir auch noch. Nette Kamerafahrt. Okay. Ich höre noch ein... Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Wow. Messer her, Messer... Schnell, Alice, bevor der weg ist. Habe ich es doch gewusst, habe ich es doch gewusst. Okay, wo geht es lang? Da nicht runter. Ich glaube, dann sind wir wieder ganz unten. Oh Gott, ich... Okay. Nein, 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 Messer her, Messer her. Geht doch. Schön. Da ist auch... Seht ihr da? Da ist der Hase. Da ist der Hasi. Ich höre noch ein Käfer. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ich höre dich doch. Ich höre sogar zwei. Bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Nein! Bleib hier. Du kommst wieder, du kommst... Die kommen nämlich immer wieder. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, tötet sie sofort. Ist mein Rat an euch, wenn ihr dieses Spiel spielen wollt. Das wäre echt verdammt sinnvoll. Okay, dich töten wir auch erst mal. So, komm mal her. Sehr gut, alles klar. Da bist du, da bist du. Okay, komm her, komm her, komm her, komm her. So, weg da, weg da! Das war so klar. Egal. Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Sollte ich hier speichern? Ich, ich, ich speichere... Moment, F4 war das richtig? F4 war das? Ich hoffe, der... Das Spiel... Der Spiel hat gespeichert. Richtig. Ich glaube, wir können uns hier einfach rüberspringen. Ihr könnt auch, soweit ich weiß, über die Pilze rüberkommen. Aber das ist mir persönlich, glaube ich, ein Ticken zu unsicher. Aber, wenn ich ehrlich sein soll, verdammt, wie lasse ich mich hier runter? Okay, dann schwingen wir einfach mal rüber. In der Hoffnung, dass wir drüben landen werden. Ich glaube, für Lara Croft wäre das jetzt zu wenig Schwung gewesen. Okay, huch. Dann gehen wir hier mal lang. Ja, daran erinnere ich mich auch noch. Ich glaube, letztes Mal habe ich eine ganze Folge zum Aufnehmen gebraucht, bis ich dann endlich hier oben war. Und die war noch ein Zeitraffer, die Folge. Also, prinzipiell sogar dann zwei. Mal schauen, wie es mir heute gelingt. Ich hoffe besser. Was? Was? Ich habe doch... Wollte spielen, möchtest du mich veräppeln? Eigentlich wollte ich gar nicht jetzt auf Beenden drücken. Aber ich mache es trotzdem. Und in der nächsten Folge melde ich mich dann zurück, wenn ich wieder in diesen Turm bin, wo ich halt eben hochkommen muss. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.